Willkommen zurück zu BORDERLITZ! Mit Schnacke und Sprache! Hallo! Ja, H-Mission! Waller! Yeah! MG oder was sagst du? Bin mir nicht sicher! Ganz wie zu Hause! Meine Männer werden bald bei dir sein! Niemand soll sagen, der große Baron Flynn! Nee, also sind mehrere Gegner, ne? Jep! Zwei Big Boys erstmal! Achso, wir müssen uns jetzt erstmal zu ihm durchkämpfen! Da oben sitzt da der kleine Fettsack! Richtig cooler Typ! Kann man jetzt schon drauf schießen auf ihn? Würde ich noch nicht machen! Hat er denn getriggert? Ja! Oha, verdammt! Achso, die kläden! Naja, was haben wir denn schon? Oh! Oh! Ich bin fast tot! Schießt der Einer mit Raketen wieder oder so? Nein, das ist mein Geschutz! Nee, weil ich hab einen Hit bekommen und war dann fast instant down! Okay, jetzt kommt glaube ich die beiden! Die beiden Big Boys? Oder auch noch? Nee, doch noch nicht! Oh! Achso! Ich glaube das war vorher so ein Selbstmörder! Weshalb hatte ich so viel? Jetzt kommen sie! Ja! Aber wo? Vorne! Und vorne? Oh! Krass! Hier kriegt der Einer mit den Schaden! Der andere hat die MG! Ruft der da gerade hart? Oh! Shit! Oh! Warum häng ich denn hier fest? Oh! Oh! Ist doch so ein Bullshit! Die Plattform da ist echt ein bisschen besser! Und der mit den MG geht glaube ich schneller! Er ist gleich weg! So! Er ist weg! Er geht doch relativ jetzt hier! Gut! Okay! Jetzt kommt der Boss! Ich glaube wir müssen noch zu hoch! Wir müssen da zu hoch! Zu ihm hoch! Dann! Irgendwas kommt hier noch! Na oben kommt wieder so ne! Schneller! Oh! Dann geht doch mal! Nein! Bei nur die Runde! Oh! Da kommt bei es schon! Wo schießt oben gar nicht der den Schuh? Das ist gut! Noch eine oben drüber! Fein! so hier kommen wir jetzt links die schräge hoch oder auch rechts und das mal links da ist ok das hat zu dir zelauscht ich sehe nicht da haut gut drin ja ok die lösung ja rungenschaf er snackt sich die wieder die boomstick wollte ich haben alter geht doch mal aus meinen aus meinem nicht aus meinen sichtmann hier oben liegen ja noch richtig geile sachen hier jetzt das letzte fragment ich will dir ein paar antworten und wir sind im besitz des kompletten schlüssels sie hat immer erreicht was sie wollte sie haben meine anordnungen missachtet aber ich mache ihnen einen vorschlag stil von der atlas was ist eigentlich los die schalten das ekosystem ab und jetzt kommen berichte über gefechte rund um sens die siedlung und alles alles aber wenn sie abschalten kann ich nicht der arme echo ist überhaupt noch da ja ja kannst du mich sehen ohne das echo netzwerk kann ich dich nicht sehen wir sind im blindflug unterwegs unser zeitfenster schließt sich die kammer kann nur alle 200 jahre geöffnet werden wenn das nicht bald geschieht sind unsere chancen dahin die schlüsse die schlüsse die schlüsse die schlüsse die schlüsse kniften die schlüsse die schlüsse du soll Median wieder zurückreisen ohne ööö minimum ehm das ist hier auf der map extra weg noch extra weg ? huhum zu ner neuen map achso Aieieieiei Jetzt kommen wir hier nicht raus, so eine Kacke Warum nicht? Weil zu ist Das ist ein großer Das war sehr schön Ah Einfach mal und das Gesicht Ding Dong Gesicht Ding Dong? Okay Gesicht Ding Dongen Oh, ich hab halt ein Level Up, sehr gut Ui Ui Schwerer Treffer Bald ein Level Up Ha Huch 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 Ziel getroffen Huch Huch Entschuldigung Huch 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 Hat Huch 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 so hier ist offen hier kommen wir aus so weil wir uns das hier ausgesucht hatten was sogar unser fahrzeug stift wollen wir noch die quest einlösen oder nicht welche quest war doch war das nicht auch hier vorne dann krieg ich vielleicht noch mal level ab nein 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 sehe ich nicht wir reisen wir reisen ekel kaffee war das direkt hier ne gar nicht mal so schlecht aus 87 ist genau so 69 ist besser geil ist das schon wieder waffen warum kann ich mir die nicht aussuchen müsste es denke ich auch in dem rucksack jetzt gekriegt haben ja wie heißen die denn 119er sms normales mg 819 damage oder was das ist ja merkwürdig nur meine normalen was ja normale kriegen auch die willst du denn meine 106er schaden haben maschinen kann wenn die gut schießt ansonsten gleich bleibe ich bei meiner 84er warte ich schmeiß mal raus kannst du die auch noch mal probieren super damit habe ich nicht gerechnet ich packe die erstmal ein die hat 106 plus 5 ja mensch uch das wollte ich nicht bist du im menü ich bin grad im menü sehe ich gar nicht lage auch die wie Woah 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 D-D-D-D Yeah Auto, 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 auto Wat, auto? Auto Brum, brum Brum, brum, auto, brum hier war doch unfassfassig und tschüss oh das war pass zu klicken jetzt bin ich drüber gehüpft ein führer zu bringen mit dorthin Wo fährst du jetzt hier hin? Wir nehmen den Nebeneingang. Gehen wir hier hochhüpfen? Nee, irgendwo. Wir nehmen den Nebeneingang. Weil wir Pussys sind. Geh doch da lang. Los, ich warte ja. Weil wir Pussys sind. Geh doch da hin. Mann, Mann, Mann. Guck mal, die Hintertür. Backdoor. Hätten wir hier so oder so bloß lang gekonnt? Oder hätten wir da jetzt auch... Nein, wir hätten nur hier lang gekonnt. Ja, das ist ja nicht cool gewesen mit der Hintertür. Mit hier. Kaputte Lampe, oder? Oh, was kommt hier, was kommt hier? Spinnis, oh no. Wie ich sie hasse. Erwischt! Ja. Oh. Oh. Das ist wirklich krass. Kram, neulich im Fernsehen. Ja, ja. Das ist aber echt. Hä? Hotshot? Oh, krass. Ziel getroffen! Also, wir können dann auch erstmal die Aufnahme zerschnieren. So, können wir machen. Gut. Dann war's das. War hier ein Speicherpunkt, ja. Ich hoffe. Jo, dann bis zum nächsten Mal. Ciao, Jig. Spitz, Brack mich. Tschüüü. Untertitelung des ZDF, 2020